Ja, Herr Plondell, das Indoor-Meeting steht in den Startlöchern, in einer Woche geht es los. Wir freuen uns auf ein tolles Meeting, Sie sicher auch. Wie weit ist denn schon das Krippeln da? Wie weit ist die Vorfreude da? Wie freuen Sie sich? Es krippelt schon seit ein paar Monaten, drei oder vier sogar, an dem Moment erst mal, wo wir uns entschieden haben, das Meeting durchzuführen. Diese Entscheidung kam nicht von allein, das war so ein langer Prozess zwischen März und Juni, beziehungsweise bis Oktober, wo die endgültige Entscheidung kam. Und für mich, das war besonders der gesamte Aufbau, das ganze Athletenfeld, wo alle internationalen Athleten kommen möchten oder nicht kommen möchten. Das sind so wie ein kleines Mosaikbild, wo die kleinen Stückchen zusammenpassen oder nicht passen, und das sich verändert, wo ich langsam sehe, wie das Meeting aussehen wird, wie wir das als Gesamtspektakel für die Zuschauer, für die 4.300 Zuschauer in der Halle, das erleben werden. Und das ist wirklich für uns eine große Freude und für mich besonders, weil ich habe einen Riesenvorteil gegenüber allen Zuschauern. Ich sehe, wie das langsam sich zusammenstellt, wie das aussehen wird. Und dann diese Vorfreude ist wirklich groß. Trotzdem als Zuschauer, das ist noch besser, glaube ich, weil dann kann man richtig so sitzen, erleben und sehen, was passiert und die Leistungen von den Top-Athleten, von den besten Athleten der Welt direkt live erleben. Sie haben die Athleten angesprochen. Viele Athleten kommen wieder nach Karlsruhe. Auf welche Athleten können sich die Besucher denn freuen? Ich glaube, ein Ö-Punkt wird sowieso der 60-Meter-Hürden der Frauen. Wir haben alle Frauen der Welt, die möglichst schnell diese Distanz laufen können. Die Weltrekordhaltlerin, das kommt aus Karlsruhe 2008, das war Susanna Kalur. Die Weltrekordlerin im Freien, Kenny Harrison, kommt noch einmal in der Messehalle. Sie hat letztes Jahr schon gewonnen. Wir haben Sally Pearson, die Australierin, noch auch dabei und besonders für Deutschen der große Ö-Punkt. Das ist auch die Teilnahme von der Europameisterin, von Cindy Roleda. Das heißt, diese vier Mädchen nur allein am Start zu haben, da träumen viele Veranstalter davon. Es ist nicht nur die Hürden bei den Frauen. Wir werden 3000 Meter bei den Frauen super schön sehen. Mit Elena Biri, die zweite von den Olympischen Spielen 2016, das war in Rio. Aber sie werden nicht allein laufen. Und die Shooting Star vom Meeting 2016, Konstanz Kloster Alphen, die Europa-Junioren-Rekord gelaufen ist damals. Das war ihr ersten großen Auftritt international in Deutschland. Sie wird wieder laufen, wird auf die 3000 Meter laufen. Da sind auch noch viele Athleten, sowohl Christina Schweinitz beim Kugelstoßen der Frauen, zum ersten Mal in Karlsruhe nach 33 Jahren Leben von diesem Meeting. Wir werden auch Nastja Lisa Riesig im Stabursprung auch haben. Das gibt noch einiges zu sehen in der Halle. Viele große Namen. Und Sie haben es angesprochen, auch wir bekommen viel zu sehen. Bekommen wir vielleicht auch einen Rekord zu sehen, dass ein Meeting-Rekord gebrochen wird? Das würde gerne jeder Meeting-Veranstalter, jeder Meeting-Direktor Ihnen versprechen. Das ist aber, man muss nur wissen, dass das wird so auf höchstem Niveau der Welt. Das heißt, ein Weltrekord bedeutet, dass niemand noch je gelaufen, so gelaufen oder gesprungen wäre. Das kann man nicht kalkulieren. Das kann man nur ein kleines bisschen vorbereiten im Sinne als Veranstalter. Man gibt den Athleten die beste Voraussetzung, die beste Bedienungen, stellt die zur Verfügung, der Athlet oder die Athletin entscheidet. Es steht ein bisschen was in der Luft dieses Jahr wahrscheinlich. Das wissen wir aber erst am 4. Februar um 20 Uhr und 22 Uhr oder 23 Uhr, nachdem das ganze internationale Programm zu Ende geht. Dann viel Erfolg und danke fürs Interview. Bitteschön, ganz gerne.